Montag, 5. Oktober, 19 Uhr, Britta Arena, SV Wiesbaden gegen RCFC Kaiserslautern, 2 zu 2. Tim Boss, Dasha Mockenhaupt, Moritz Kühn, Dennis Campe, Jakov Mitrik, Patrisson Chateau, Marc Leis, Marvin Armani, G.I.K. K.T. Johannes Wurtz, Philipp Titz, jetzt kommen dran, RCFC Kaiserslautern, Afto Spahig, Kevin Krauss, Adam Holzeck, Dominic Schatt, Anneri Arnold, Marlon Ritter, Tim Ritter, Marius Kningshöge, Janik Bachmann, Lukas Rosler, Elias Huth, 19 Uhr 39. Afto Spahig.